Ja, nach jetzt beinahe 100 Videos mit linguistischen Inhalten, über 1000 Followern und dem zweiten Video, nämlich der Einführer ans Mittelhochdeutsche, die die Marke von 30.000 Views knackt, wird es für mich irgendwann mal Zeit, Dankeschön zu sagen dafür, dass Sie und Ihr diesem Kanal folgt, mit gleichbleibendem Interesse. Und ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt, um in die Sommerpause das zu platzieren, was man üblicherweise als Dankeschön tut, nämlich ein sogenanntes Abonnentenspecial. Und das möchte ich hiermit tun. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr und Sie in den Kommentaren unter diesem Video Wünsche, Anregungen, Kritik, aber auch Lob sehr gern hinterlasst. Und unter allen Abonnenten würde ich sehr gern drei Bücher verlosen. Zum einen, das liegt relativ nahe, weil ich dort einige Bücher schreibe. Und ich gebe einmal weg die Konstruktionsgrammatik 3, einen Sammelband, der die Konstruktionsgrammatik in die gamenistische Linguistik führt, zusammen mit den zwei Vorläufern von Anatoly Stefanovic und Kerstin Fischer. Zum Zweiten würde ich sehr gern weggeben die Einführung in die Konstruktionsgrammatik von Alexander Ziem und mir, die sich immer noch großer Beliebtheit erfreut und die man immer noch guten Gewissens als Einführung in die Konstruktionsgrammatik empfehlen kann. Und zum Letzten würde ich gern weggeben eine Studie, die ebenfalls bei den Kräuter erschienen ist. Das ist die Studie von mir zu non-aggressiven Konstruktionen des Deutschen, die im Wesentlichen sich mit der Reformulierung des Deutschen Passivsystems auseinandersetzt. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn ich habe auf dem Kanal jetzt mit einem Let's Play angefangen. Das mache ich natürlich nicht umsonst, sondern verbinde da berufliche Interessen mit einem der Hobbys, die ich habe. Wenn ihr also in den Kommentaren eines der folgenden Systeme hinterlasst, nämlich Sega Master System, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Nintendo 64, Nintendo Gamecube, Nintendo Wii und Nintendo Wii U sowie Nintendo 3DS, lege ich auf diese drei Bücher noch eine original von mir bespielte Kopie eines Spiels bei, die mal in einem sehr guten Zustand sein können und mal dann doch in einem eher gebrauchten. Da würde ich euch dann damit aber überraschen, wenn ihr einen Kommentar diesbezüglich hinterlasst. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes, als euch nochmal zu danken dafür, dass ihr dem Kanal folgt. Und vor allen Dingen vielleicht mit einer kleinen Vorankündigung für das nächste Semester. Ich werde also die Vorlösung zur Konstruktionsgrammatik wieder streamen und möglicherweise die Let's Play-Sektion ein wenig ausbauen. Darüber hinaus ist geplant, dass wir Linguistik in 60 Sekunden, auch das sind Hinweise und Anregungen von euch, in Linguistik in 120 Sekunden transformieren. Die Vorbereitungen dazu laufen zwischen Dresden und Kiel und mit Kollegen, also mit Verena Sauer und Turke Hoffmeister. Und ich hoffe, dass wir damit im Wintersemester starten können, bin guter Dinge und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommer und wir sehen uns spätestens zum Oktober wieder, wenn hier der Livestream zu den Veranstaltungen wieder losgeht. und ich bin gespannt auf eure Kommentare, Einregungen, Wünsche und Kritik. Also dann, auf bald!